Tanz doch mal. Tanz mal. Dann wink mal mit beiden Armen. Mach doch mal irgendwas witziges. Wir sind hier ab Ballermann 6. Ich möchte das nicht. Oh, da hat sich niemand sein Markenzeichen hinterlassen. Der Ballermann 6, Corinna. Oh Gott, ich dachte, die sind alle noch nicht ausgenäßt, aber es geht ja schon wieder los. Ich habe gedacht, so viel morgens ist das noch nicht so schlimm. Gibt's doch gar nicht. Hocken sie alle wieder hier und vielleicht sitzen die seit gestern noch hier. So, Corinna, erster Eindruck. Wir sind hier eben mal die Strandpromenade längs geschlendert. Ballermann, stimmen die Klischees? Ich habe ja immer gesagt, die schneiden die schlimmsten Szenen fürs Fernsehen zusammen für die Nachrichten oder die News oder ja, Ballermann ist so schlimm. Nein, das ist wirklich so. Wir sind ja Schuppelsocken. Wir haben nachmittags, ja, keine Ahnung. Immer wenn ich denke, es geht nicht schlimmer, dann... Können wir jetzt hier auch so einen Bericht zusammenschneiden, wenn wir wollten. Ja, kleines Beispiel. Da sitzt ein Typ in Boxershorts und so eng so, weißt du, so... und hat sich eine Kuhle gegraben und kotzt da rein und buddelt das wieder zu und legt sich da drauf. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Es ist so krass. Und morgen gehöre ich dazu. So, ab... Mal gucken, ne? Irgendwann singst du nur noch mit. Leer mich den Pädel hier an! Da komme ich nie hin! Ich bin der Pädel jetzt zum Schluss. Das ist so schön. Frühstück, Spiegeleier. Ich habe meine Sporthose vergessen, jetzt muss ich mir hier irgendwas kaufen. Und ich habe mir das tolle Modell ausgezucht. Was auch immer das heißen mag, keine Ahnung. Aber sie soll nur ihren Zweck erfüllen. Und jetzt hat er aber nicht meine Größe da und jetzt müssen wir hier warten. Und verhandeln noch so ein bisschen über den Preis, weil mehr als 10 Euro will ich dafür nicht ausgeben. Und danach geht es an den Pool erstmal schön in die Sonne. Wir wollen ja noch braun werden, diesen Urlaub. Ja, das fehlt mir schön. Da ist Spaß. Ja, das ist besser, ne? Ja, das ist gut. Ja, alles. Aber ich fand auch den hier in die Puppe einfach gut. Ich kann alles kaufen. Das artet schon wieder in einen Großeinkauf aus hier. Hier klappt das. Eimer saufen. So, nachdem die Frau wieder mal beim Shoppen nicht zu stoppen gewesen ist, habe ich mir jetzt endlich auch mal eine Kleinigkeit gegönnt. Steht da drüben. Man gönnt sich ja sonst nichts. Das sind schon unsere neuen Handtücher, die die Frau gekauft hat. Ja, von hier aus sieht man das Hotelgebäude in voller Pracht. Da oben ist unser Zimmer. Von oben der zweite Balkon, die rechte Seite davon. Das ist mein Sangria hier. Der sieht richtig gut aus und... Schmeckt auch. Könnte ein bisschen kälter sein. So Maus, du kannst jetzt aussuchen, ob wir ins Fitnessstudio gehen oder in den Bierkönig. Fitnessstudio. Ja, Los. Wir sind jetzt hier gerade im Fitnessstudio angekommen und Gründer, was sagst du? Nicht schlecht, ne? Sieht modern aus alles, reicht auf jeden Fall, von allem etwas, sogar ein Sandsack. Was für eine Gemeinheit, wir schwitzen hier und jetzt guckt euch mal die an, da auf dem Wagen. Ist das nicht gemein? Egal, weiter mal, nächste Runde. Hey, weg mich, ich habe einen roten Kopf. So, jetzt zeigen wir euch mal das Essen im Restaurant. So, was gibt's denn heute Schönes? Das muss man verhassen. Oh, Hamburger, der ist immer gut. Das sieht lecker aus, ne? Da gibt's was auf der Rippe. Da gibt's was auf der Rippe, ne? Ja, allerdings. Oh, da gibt's Pizza und Calamartes. Zwiebelringe. Zwiebelringe. Zwiebelringe? Ordine. Sehr gut. Und frisch. Für jeden Geschmack was dabei. Da könnt ihr euer Bier selber zapfen. Oder Wein. Und hier für den gesünderen Teil der Hotelgäste eine Obstbar. Eis, es gibt sogar Eis, lecker. Oh, hier muss man aufpassen, hier wird man verführt. Lecker, lecker, lecker. Ja, und so sieht das Essen aus, das wir uns ausgesucht haben. Und Grünner, schmeckt's dir? Ja, schon. Aber schlechtes Gewissen ist so groß, weil es ja nicht gerade gesund ist. Ja, so sieht unser Zimmer aus. Klein, aber fein. So sieht unser Hanf auch aus. Man hat alles was man braucht. Safe. Kühlschrank. Und ein kleines Badezimmer. Gucken. Aber das Beste, und das haben wir wirklich Glück mit dem schönen Zimmer, ist die Aussicht von unserem Balkon. Guckt euch das mal an. Echt einen tollen Ausblick hier. Da sieht man schon die Horden durch die Straßen ziehen. Wir alle kennen nur ein Ziel. Den Bierkönig. Der Köder, der kläfft. Der kläfft die ganze Nacht, der Köder. Wahrscheinlich ist er frustriert, dieser kleine Kläffer, der will auch zum Bierkönig. Ich frage mich schon die ganze Zeit, ob man das schaffen kann, wenn man hier mit Anlauf runter springt. Auf die Palme zu springen und dann runter zu klettern. Ich würde daneben springen. Ich würde daneben springen. Blatt. Sonnenkuchen. Zahne scheinen. So, kommen wir jetzt los? Ja. Jetzt kommen wir. Glaube ich hab schon. Ah, super. Ja, für Instant Gram. Instant was? Instant Nudeln kenn ich. Und sie sanken von Stufe zu Stufe, genauso wie das Niveau. Richtig. Nachkei. Bis dann. chokingüyor Blatt. He küssen. Wie bist du? Komm 발라. Pilte.